Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Hören Sie zu, Washington möchte die größte Razzia in der US-Geschichte machen. Es geht um Pablo Escobar und seinen Haupthändler Roberto Alcano. Machen Sie Witze? Sie sind verantwortlich für 80% der Drogen, mit denen unser Land überschwemmt wird. Versprich mir, das ist das letzte Mal. Das Team wird umgestellt. Missouri, Sie sind bei Abreu. Der Kerl ist verrückt. Ich kenne diese Typen. Man muss mit ihnen wetten gehen, man muss mit ihnen saufen, man muss einfach alles mitmachen, Mann. Das ist Ihre zukünftige Ehefrau. Verdammt, ich brauche eine Verlobte. Wie oft hat sie schon verdeckt ermittelt? Das ist das erste Mal, aber sie war die Beste Ihrer Klasse. Machen Sie sich keine Sorgen, ich bin ein großes Mädchen. Nur ein falsches Wort. Es geht los. Ein Ausrutscher. Meine Freunde, willkommen in den Vereinigten Staaten. In meinem Geschäft kommt nie etwas Gutes heraus, wenn das Vertrauen fehlt. Wenn das Vertrauen fehlt, gibt es keine Loyalität. Und das endet nie gut. Auf den Boden! Das war ein Vorsprechen. Sie haben die Rolle. Ich bin ein Ausbüscher. Vielen Dank.